Hi, ich bin Petra und das ist mein Kanal Petra Goes Outdoors. Heute möchte ich ein kleines Lean To Shelter bauen und wenn ihr mögt, dann kommt doch mit. Heute möchte ich ein kleines Lean To Shelter bauen. Das bedeutet, dass es keine festen Verbindungen gibt, sondern dass einfach Äste oder Stöcke an einen Querbalken angelehnt werden und das Ganze soll nur mit Naturmaterialien gebaut werden. Okay, so was ich jetzt anfangen will, dann wir mal auf, dass ich schon ein paar Musik 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal! Kaffee Untertitelung des ZDF, 2020 So sieht jetzt mein kleines Lean-to-Shelter aus. Ich finde, es ist gar nicht so schlecht geworden. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, macht's gut!